Also ich verwende im Folgenden den Begriff Gott als einen der zahllosen Namen für Existenz an sich, synonym mit Mutter Natur, Quantenfeld, Brahman, Wurt, Ozean des Bewusstseins, Universum und so weiter. Was ich im Folgenden sage, ist also unabhängig von einer spezifischen Religion zu verstehen. Genau. Und mir geht es um Folgendes. Drama und Schmerz sind ja ein integraler Bestandteil des Lebens. Wir können durchaus lange Phasen ohne Schmerz und Drama erleben. Aber jeder Lebensweg hat Abschnitte, die wir tun. Über unseren individuellen Lebensweg zerbrechen wir Menschen uns ja auch alle ständig die Köpfe, aber die meisten Menschen hinterfragen nie den Protagonisten ihrer Lebensgeschichte, sich selbst. Das ist ein Jammer. Schließlich ist ein individueller Lebensweg letztlich nichts anderes als ein ausagiertes Selbst. Den Lebensweg ändern zu wollen, ohne das selbst zu ändern, das diesen Lebensweg beschreitet, das ist total müßig. Deswegen sind Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung so entscheidend. Einer der wichtigsten Entwicklungsschritte scheint mir daran zu bestehen, sich von der eigenen Ego-Perspektive lösen zu können. Ich verzichte jetzt hier mal auf abstrakte Erklärungen und möchte lediglich mal eine ganz pragmatische Methode zum Perspektivwechsel aufzeigen. Entscheidend ist dabei die Einsicht, dass alle Lebewesen ganz kleine Teile Gottes bzw. Mutter Naturs bzw. des Universums sind. Mit anderen Worten, alles was existiert, existiert eben. Und naja, du existierst halt auch. Also du bist halt Teil des großen Ganzen. Noch mal in anderen Worten, alle Lebewesen sind Wellen im Ozean des Bewusstseins, Modulationen des Quantenfelds, Gewebe des Wurts. Gott ist Existenz an sich und da du existierst, bist du ein Teil Gottes. Ist halt so. Komm damit klar. Und das vorausgeschickt kommt jetzt die simple Technik, um aus der Ego-Perspektive rauszukommen. Und zwar frag dich einfach mal, was Gott machen würde. Ein paar Beispiele. Würde Gott sich davon deprimieren lassen? Würde Gott sich davon provozieren lassen? Würde Gott sich darüber Sorgen machen? Würde Gott Angst davor haben? Würde Gott sich darüber aufregen? Würde Gott diese Krücken brauchen? Würde Gott an sich glauben? Würde Gott sich seine Wünsche erfüllen? Würde Gott sich das vorstellen können? Würde Gott lachen oder weinen? Derlei Fragen kannst du auf all deine Probleme anbinden. Sie helfen aus deiner kleinen Ego-Perspektive rauszukommen und die Sache entspannt von außen zu sehen. Denke dabei immer daran, dass alle Lebewesen winzig kleine Teile Gottes sind. Auch du. Frage dich, was das für die Antworten auf die gerade genannten Fragen bedeutet. Wenn Gott sich nicht davon deprimieren lassen würde und du ein winzig kleiner Teil Gottes bist, warum solltest du dich dann davon deprimieren lassen? Musik 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 Vielen Dank.